Ja, zum Schluss des Tages noch ein Impuls zum Thema Strategiearbeit. Ich hoffe, ihr habt noch ein bisschen Energie. Kurz zu mir, Volker Königer. Ich bin, wie gesagt, Lehrtrainer hier in Wiesloch jetzt seit fast 20 Jahren. Viele kenne ich nicht. Die meisten, doch, die Hälfte kenne ich vielleicht. Wir versuchen jetzt auch gerade ein neues Curriculum, das Executive Circle, auch aufzubauen. Da pushen wir ziemlich, dass auch genau die Geschäftsführungs- und Vorstandsebene vielleicht auch mal nach Wiesloch kommen. Und damit sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema. Auf der anderen Seite bin ich Geschäftsführer der Königer GmbH. Wir sind eine systemische Unternehmensberatung mit insgesamt jetzt 30 Partnern, die deutschland-europaweit arbeiten und hauptsächlich im Bereich Organisationsentwicklung und Kulturentwicklung. Ein spannender Prozess für mich auch selber als Unternehmer, so eine Organisation aufzubauen. Das ist jetzt ein Drittel meines Jobs. Der andere Drittel ist, selber Projekte zu machen. Was ich hauptsächlich mache, ist, dass ich Management Boards begleite. Das ist meine hauptsächliche Arbeit. Also sprich Vorstand-Geschäftsführungsebenen. Ich selber oder wir sind hauptsächlich, im Unterschied, was Claire gerade eben sagte, wir sind fast ausschließlich zu 99% in Profit-Unternehmen. Das heißt, ich agiere überwiegend in DAX-Unternehmen oder mittelständischen. Das ist so mein Biotop, in dem ich mich bewege. Und das macht mir auch großen Spaß. Und das führt mich auch zu dem Thema hier der systemischen Strategiearbeit. Weil ich will euch kurz schildern, warum dieses Thema uns, mich und uns, seit einem Jahr beschäftigt. Fast ein Jahr jetzt. Ich fange mal an mit Wiesloch. In Wiesloch hat es mich beschäftigt, weil wir, aus meiner Perspektive, im Curriculum das Thema Strategiearbeit nicht, wie ich finde, nicht prominent bedienen. Das taucht zwar immer wieder auf, aber es ist nicht richtig platziert. Und das war ein Impuls von Thorsten und mir zu sagen, lasst uns da mal etwas intensiver hinschauen, weil ich glaube, dass wir als Systemiker, und das ist eins meiner stärksten Impulse heute und in diesem Thema, ich finde, wir könnten deutlich selbstbewusster auftreten, wenn wir in Organisationen im Thema strategisches Arbeiten unterwegs sind. Ich finde das, und das ist mein zweiter Punkt oder mein zweiter Teil als Geschäftsführer, bin ich wirklich jeden Tag in Unternehmen zu Gange und ich finde, dass auf der Ebene der systemischen Strategiearbeit die Systemiker schlecht, ein schlechtes Bild abgeben. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich erlebe dauernd, die Grundkonstellation ist, ich komme in eine Organisation hinein, dann heißt es, ja, wir haben mit wem auch immer eine Strategie erarbeitet, dann kippen die das irgendwie über den Zaun rüber und dann schauen die, ob es da irgendein paar Systemiker gibt, interne oder externe, die dann sagen, könnt ihr das bitte umsetzen? Und das ist eigentlich der Grund, die Grundkonstellation, mit der ich zu tun habe und das ärgert mich eigentlich schon eine ganze Weile, weil ich finde, und das ist eigentlich jetzt Ziel, auch von dem Impuls heute Abend, dass wir deutlich selbstbewusster und deutlich klarer auftreten können an diesem Thema, weil ich jetzt auch genügend Erfahrung habe, sowohl auf Board eben, also wenn ich mit den Top-Managern arbeite, als auch im Kontakt mit klassischen Strategieberatern, die mir unter vier Augen sehr wohl sagen, wenn wir nach zwei Jahren wieder zurückkommen mit unseren genialen strategischen Themen, dann ist da nach zwei Jahren eigentlich nicht mehr viel über. Also es gibt tatsächlich, und da bin ich mich überzeugt, es gibt natürlich eine Branche von Strategieberatern, die da unglaublich viel probieren und auch unglaublich viel Geld auch kassieren und ich finde den Wirkungsgrad dessen, was die jeden Tag abliefern, nicht besonders hoch. Und das war eigentlich der Impuls für uns zu sagen, da wollen wir uns gerne intensiver damit zumindest konzeptionell beschäftigen. Ich kann aber auch schon von ein, zwei Unternehmen berichten, wo wir genau an dem Thema, was ich jetzt berichte, auch mittendrin sind. Was ich euch kurz schildern möchte, ich werde euch die Unterlagen, ich habe mit dem Thorsten auch gesprochen, wir werden das jetzt auch relativ bald veröffentlichen, also in Wiesloch auch auf der Website. Ich werde euch alles, was ich heute liefere, kriegt ihr natürlich auch im Nachgang. Ich möchte einfach ein paar Impulse, ja ich habe das auch als Konzeptpapier, das ist noch kein fertiges Papier im Sinne von, damit können wir jetzt schon in großartige Präsentationen gehen oder in Wiesloch noch nicht umgesetzt in Curricula oder in Curriculums-Schriften, aber wir sind kurz davor. Wenn ich von mir rede, ist es der Thorsten, die Irma, eine Kollegin von mir, die bei uns in Geschäftsleitung ist und die Andrea Mikulaitz, die jetzt seit knapp einem Jahr daran arbeiten. Wenn ihr hier unten lest, Open Innovation Group, ich glaube der Thorsten hat es kurz geschildert, das ist ein weiteres Format für die Alumni vom Institut in Wiesloch. Das heißt, wir wollen auch in Zukunft zunehmen, nicht nur das Thema Strategiearbeit, sondern zunehmend spannende Themen, die in der Luft liegen, auch nicht nur im Curriculumsmodus besprechen und in Gang bringen, sondern vor allen Dingen auch auf der Alumni-Seite. Und wir haben Ende November einen Workshop gehabt, in dem wir, ich finde wirklich hochkarätige Leute eingeladen haben, zu sagen, lasst uns mal an diesem Papier einfach mal kneten. Habt ihr das Gefühl, ihr, und das war, da war Vorstand dabei, Geschäftsführer, Regierungsdirektor, also waren wirklich tolle Alumni-Leute dabei, die dieses Papier angeschaut haben und wir haben gesagt, macht es Sinn, denken wir gerade in eine ganz Falschrichtung, könnt ihr damit was anfangen. Und zwar eine sehr spannende Erfahrung, mit denen dann an diesem Papier zu arbeiten. Und das Ergebnis findet ihr jetzt auch hier. Ich will nur ein paar Sachen rausgreifen, ihr müsst, ihr müsst ja nicht alles jetzt nachlesen, aber nur so ein paar Highlights. Eine spannende Erfahrung, die ich täglich mache, ist, dass das Thema Strategiearbeit oft als so diese Königsdisziplin angesehen wird. Also welcher Berater macht Strategie, ja, und das sind irgendwie dann aber irgendwie die Top-Berater, was ich nie irgendwie so richtig verstanden habe. Und wenn ich aber in Organisationen, in große Profitorganisationen hineinschaue, dann ist es aber immer noch so, dass die dann in irgendeiner Weise, dann verändert sich schon auch die Sprache. Aha, jetzt heute müssen wir an Strategie oder an einem Strategieprozess arbeiten. Was ich oft erlebe, ist, dass das Thema Strategie und Strategieentwicklung in hohem Maße von externen geleistet wird. Also sprich, alle Studien, Benchmarks, Analysen und Diagnosen um das Unternehmen, um die Branche, um die Produkte und um das, was alles in Zukunft kommt, wird in hohem Maße eigentlich von externen Unternehmen geleistet. Und was ich da täglich erlebe in der Organisation ist, dass ein Großteil eigentlich der Ressource des Unternehmens nicht, in keinster Weise wird das eigentlich in diesem Strategieprozess intelligent mitverarbeitet. Sondern da ist in hohem Maße eigentlich dann externer Impuls. Strategien werden oft als kurzzeitige, entlassene Problemlösung. Aha, wir haben jetzt eine Strategie, aha, jetzt ist es klar, da geht es lang und dann wird losgerannt. Spätestens aber nach einem Jahr, nach meiner Erfahrung, fragt dann schon der Erste wieder, ja, brauchen wir nicht eine neue Strategie? Ja. Was ich spannend finde, ist, dass eigentlich dann die Frage, und das ist eigentlich der Kern dessen, worum es geht, wie wird das Thema Strategieentwicklung mit dem Thema Strategieumsetzung eigentlich intelligent verbunden. Aber klassischerweise werden die zwei Dinge eigentlich in den meisten Organisationen getrennt. Ja. Es gibt eine Strategieentwicklung, da wird unglaublich viel diagnostiziert, analysiert und auch konzeptioniert. Und dann heißt es so, jetzt haben wir noch ein Problem, wie wird das Ganze eigentlich umgesetzt? Das ist für mich eigentlich schon der Paradefehler, weil ich glaube, dass es nicht möglich ist, irgendwas zu entwickeln und dann das in die Ressource der Organisation hineinzutragen, weil die Leute sich nicht damit identifizieren. Oder, was hier auch schon steht, dass sie oft auch gar nicht mal die Kompetenz dazu haben. Ja, es ist beides. Es gibt einmal, die haben gar nicht die Kompetenz, auf der anderen Seite wird aber auch gar nicht gefragt, was brauchen wir, was haben wir auch in der Organisation. Ja. Was natürlich die andere Seite ist, wo wir als Systemiker in meinen Augen viel mehr zu bieten haben, ist, dass klassische Strategien in großen, auch DAX-Unternehmen, in hohem Maße zahlenorientiert sind. Das ist für mich schon auch ein Punkt, von dem ich sage, da verkaufen wir uns schlecht, weil Strategien, zum Beispiel wenn es um das Thema Kulturentwicklung oder was wir gerade gehört haben bei Radio Bremen, wenn es darum geht, wohin geht denn die Reise, braucht es in meinen Augen ganz andere Perspektiven, neben den Zahlenzielen auch. Ja. Da aber die meisten in der Weise sozialisiert sind oder ausgebildet sind, fokussieren sie auf Zahlen und das ist für mich schon eine der Problemfälle. Für uns haben wir in dem Kreis und jetzt auch in diesem Open Innovation, also mit den ersten sozusagen, mit den ersten Anwendern dann in der Organisation, haben wir mal, ihr kennt dieses Thema erste Lösung in erster und zweiter Ordnung. Ein Stichwort hier unten für uns ist systemische Strategiearbeit in hohem Maße erst einmal das Thema Enabling und Befähigung. Also nicht, wie kommen wir jetzt schnellstmöglich zu der besten aller Strategien, sondern zu der Frage, wie können wir eigentlich unser System, unser Kunde, unsere Organisation so fit machen, dass wir zukünftig selber in der Lage sind, einen Großteil dieser Strategiearbeit zu übernehmen und nicht einzukaufen. Wir kommen später noch mal dazu. Ich glaube, das ist jetzt etwas, das ist eher so Konzeptpapier, aber vielleicht mal so ein paar Highlights heraus. Was ich natürlich in den Strategien einer klassischen Organisation erlebe ist, dass immer noch geglaubt wird, Zukunft ist berechenbar und vorhersehbar. Natürlich ein spannender Glaubenssatz, der aber zum Beispiel in meiner Arbeit auch bedeutet, dass ich mit dem einen oder anderen Vorstand darüber reden muss, inwieweit ist überhaupt Zukunft vorhersehbar und was muss er eigentlich seinem Aufsichtsrat liefern, damit er gesichtswahrend Strategien dorthin liefern kann. Versteht ihr, was ich meine? Die müssen ja was abliefern. Wenn der sagt, ja, keine Ahnung, wo wir in zwei Jahren stehen, dann ist es für ihn eine ziemlich üble Situation, wie er sich dann rechtfertigt. Das ist keine einfache, das ist keine einfache. In meinen Augen, und das sind wir an dem nächsten Punkt, in meinen Augen ist eigentlich systemische Strategiearbeit, der Punkt, wie befähige ich die Organisation zunehmend Strategiearbeit als nichts Externes oder von wer liefert uns das, sondern Strategiearbeit ist tägliches Handeln, jeden einzelnen Tag und zum anderen, wie können wir eine Steuerungskompetenz erhöhen. Also nicht, wir wissen, wie die Zukunft ist, sondern wir können maximal die Fähigkeit, wie steuern wir, wie navigieren wir in dieser Unsicherheit, die können wir sehr wohl erhöhen. Aber da braucht es nicht irgendwelche externen Berater, sondern die Frage ist, was können wir da jetzt schon und welche Schlüsselpersonen haben wir, die das sehr wohl können. Und die gibt es in jeder Organisation. Diejenigen, die nämlich in dem Moment dann von externen, ich sage jetzt mal Schlaumeiern und Besserwissern irgendwelche Konzepte geliefert bekommen, die sind nämlich ganz schnell dabei, dann sich zurückzulegen und sagen, dann sollen die doch sagen, wie unsere Zukunft ausschaut. Damit ist aber überhaupt gar nichts gewonnen. Ich glaube, Strategie kann nicht delegiert werden oder Strategiearbeit kann nicht delegiert werden nach außen, sondern kann nur aus der Organisation. Es gibt keine Strategiearbeit, die nicht mit Kulturentwicklung gekoppelt ist. Geht gar nichts. Das ist undenkbar. Ich kann Zahlenziele aufbauen, egal in welche Richtung, aber ich bin zutiefst überzeugt, ohne Koppelung einer Kulturentwicklung ist das nicht machbar. Weil jedes Zahlenziel, egal wohin ich mich bewege als Organisation, löst sofort Fragen in Richtung, welchen Reifegrad haben wir in der Organisation bezüglich diesem Thema, können das die Menschen? Welche Qualifizierung braucht es dazu? Welche Unterstützungsformate braucht es dazu? Es geht gar nichts. Ich kenne aber kaum, wenn wir ein DAX-Unternehmen, ich habe relativ viel mit Audi zu tun und ich frage den anderen, denn Herr Stadler, sagen Sie mir mal, was ist Ihre Strategie? Legen Sie mir das bitte mal hin. Und wo und wie kommen Sie auf die Idee, dass das Ihre Mannschaft, wie können das 80.000 Leute umsetzen? Wie kommen Sie auf diese wahnsinnige Idee? Kann er mir nicht erklären. Ja. Also ich glaube, dass wir mit einer grundlegenden systemischen Kompetenz tatsächlich einen Mehrwert liefern können, den viele, viele andere Strategieberater definitiv nicht liefern können. Davon bin ich überzeugt. Vielleicht hier unten noch einmal, das Ergebnis von klassischer Strategiearbeit ist, ich entlaste die Organisation. Ich sage, lehnt euch zurück, ich mache für euch eine Strategie, die Strategie ist genial und auch, weil sie sich über welche Benchmarks und sonstige Studien, alles abgesichert, lehnt euch zurück. Ihr müsst halt dann nur richtig viel, viel Überzeugungskraft hineinlegen, damit es auch was wird. Eine strategische Kompetenz wird aber im Regelfall nicht aufgebaut von klassischen Strategieberatern, weil den Teil würden Sie natürlich schon gerne die nächsten Jahre auch behalten. Und das ist eine unserer Grundherausforderungen als systemische Berater. Wir müssen zunächst mal das Kundensystem belasten. Wir müssen dem Kundensystem sagen, wenn wir mit euch jetzt in einen strategischen Prozess gehen, dann wird es nicht leichter. Es wird richtig schwer. Es wird richtig aufwendig. Es wird richtig anstrengend, weil wir als Systemiker deutlich sagen müssen, dass wir investieren in das Thema Kulturarbeit, so wie es ja in eurem Beispiel sehr schön war, dass aber definitiv zwei Dinge zahlenmäßig sich niederspiegeln werden. Das ist einmal, wir haben einen deutlich höheren Wirkungsgrad bei der Umsetzung. Das kann ich heute auch nach einigen Jahren in diesem Bereich sehr wohl auch reklamieren. Und zum anderen, die strategische Steuerungsfähigkeit der Organisation wird höher. Ich werde euch nachher zum Beispiel dieses Modell Strategie-Updates mal vorstellen. Das ist ein Format, was wir hier entwickelt haben und das habe ich jetzt zwei, dreimal ausprobiert und das macht sehr viel Sinn und das schätzt das Kundensystem, weil die dann auf einmal auch bewusst sind, wir müssen nicht wieder einen jahrelangen strategischen Prozess fahren, der unglaublich viele Ressourcen bindet, sondern wir können auch mal ein Update machen, wie so eine Art Boxen, einen strategischen Boxenstopp. Wo stehen wir denn eigentlich? Und das kann jährlich zum Beispiel gemacht werden, ohne dass ganze Stäbe von Menschen damit befasst sind. Vielleicht das mal so als ein Modell, mit dem wir zurzeit unterwegs sind. Im Kern geht es darum, dass wir in einem Schleifenprozess versuchen, die Organisation zu unterstützen, indem wir im ersten Schritt erst einmal das Thema, bei euch ganz ähnlich das Thema Verantwortungskultur noch einmal thematisieren. Wer hat jetzt in diesem Spiel, wenn es um Strategieentwicklung und Umsetzung geht, wer hat eigentlich welche Verantwortung? Wo liegt die Steuerung? Wer ist für dieses, ihr habt es Y genannt, für das Thema Zukunftsbild und Integration in den Alltag? Und für uns ist das erstmal ein intensiver Lernprozess, der die Leute, ich mache es mal konkret, Schlüsselpersonen in der Organisation befähigt, in diese Strategiearbeit einzutauchen. Wir benutzen ganz bewusst das Thema Strategiearbeit. Wir reden nicht mehr von Strategieentwicklung, Umsetzung, sondern ganz bewusst von Strategiearbeit. Diese Schlüsselpersonen nennen wir dann Strategieakteure. Die sind über alle Hierarchie-Ebenen und über alle Bereiche auch zu finden. Und die gibt es aber auch, Führungskräfte und Mitarbeiter. Und wir sind überzeugt, dass diese Frage von Strategieverantwortung und Strategiekompetenz tatsächlich eine reine interne Verantwortung darstellt. Das ist nicht delegierbar. Häufig wird es aber gemacht. Aus unserer Sicht, was wir mit reinbringen können, in eurem Beispiel haben wir sehr schön gehört, wo findet tatsächlich Befähigungsprozesse statt? Und auf der anderen Seite gehört das Thema Regiekompetenz. Ich finde, dass in Wiesloch dieses Modell der Regiekompetenz tatsächlich noch unterschätzt wird. Also die Frage, wie können wir im Tandem, intern, extern, tatsächlich eine Regie aufbauen, um so einen komplexen Prozess wie Strategiearbeit, und zwar regelmäßige, iterative Strategiearbeit, nicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre, sondern als permanenten Prozess, wo können wir unsere Regiekompetenz mit einbauen, indem wir Unterstützung anbieten, welche Strategieakteure haben wir, welche Formate eignen sich in dieser Organisation, in welchem Reifegrad befindet sich die Organisation, um dann die richtige Regie auch dafür anzuwenden. Damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, auch in den Organisationen, weil ihr könnt sicher sein, dass, wenn man dieses Bild vorlegt, dass sofort eine Menge Mitarbeiter, vor allen Dingen Führungskräfte und Mitarbeiter, sofort natürlich eine andere Art von Wertschätzung bekommen, als wenn sie sagen, ja, wartet mal ab, in drei Monaten haben wir da eine Strategie, und dann wartet mal ab, was dann kommt, und dann bitte, bitte schön umsetzen. Das ist eine andere Art von Wertschätzung, und ich glaube, dass das der internen Organisation viel eher auch gerecht wird. Ihr kennt das, dass das Thema Rolle und Verantwortung für uns hier eine große Bedeutung hat. Ich habe es schon kurz angedeutet, das Thema Regie, Enabling und Thema Datengeneration, also spricht die Frage, ich glaube ja nicht, dass wir, ich zumindest mit meiner Organisation, kann es nicht abbilden, dass wir sagen, ja, wir machen jetzt mal irgendeine internationale Benchmarkstudien zum Thema Versicherungsgesellschaften, Banken oder was auch immer. Das kann ich nicht liefern. Aber die Frage, welche Daten brauchen wir denn überhaupt, und in welcher Weise braucht die Organisation im Zusammenspiel welche, ihr habt es Marktforschung oder Medienforschung genannt, da brauche ich eine Menge Know-how. Aber die Frage ist, wo kriege ich das her, und wie wird das intelligent für uns in unserer Organisation auch verarbeitet. Das macht für mich dann einen Unterschied. Vielleicht nochmal ein bisschen konkreter zu werden, auch das Thema Regie und Steuerung bedeutet, dass ich die Frage, wie mobilisiere ich eigentlich die Menschen in der Organisation, wie wird das Thema Strategiearbeit aus einer Königsdisziplin zu einem täglichen Handeln, das ist eigentlich die große Frage. Und deshalb ist in meinen Augen Strategiearbeit sehr wohl top-down wie bottom-up, also auch ein intelligentes Beteiligungskonzept, aber zum Beispiel auch die Frage, welche Analyse und welche Diagnosefragen brauchen wir, um unsere Organisation voranzubringen, da brauche ich nicht unbedingt interne. Ich bin tief überzeugt, dass es genug Know-how in der Organisation gibt und genügend Menschen, die sich darüber eine Menge Gedanken machen, aber wenig Chancen haben, tatsächlich Gehör zu finden. Beim Thema Befähigung der Organisation, glaube ich, brauche ich nicht so viel erzählen. Es geht um bewusst didaktisierte Lernphasen. Da, glaube ich, sind wir stark. Da, glaube ich, können wir sehr selbstbewusst auftreten und sagen, wir wissen, wie wir Menschen und Teams in Bewegung setzen und wie wir die auch in einer intelligenten Form auch tatsächlich begleiten. Vielleicht nur eine kleine Anekdote an dem Punkt. Ich arbeite seit zwei Jahren sehr stark mit dem Thema, ich habe das Thema Coaching sehr stark, ich arbeite sehr stark mit dem Thema das Shadowing. Shadowing heißt, dass ich Leute, dass wir Führungskräfte vor Ort täglich, teilweise über zwei, drei Tage pro Woche begleiten. Ich konnte mir das am Anfang kaum vorstellen, dass ich dachte, ja, da steht jetzt jedes Mal jemand nebendran und dann fragen die Leute und was soll das eigentlich und so weiter. Ich habe exzellent gute Erfahrungen gemacht mit der Frage oder mit dem Format, was brauche ich, um mich in meinen, als Manager, Managerin, wie muss ich mich organisieren, wie bereite ich das nächste Meeting vor, was steht da an, wie organisiere ich meine nächste Kommunikationskaskade und so weiter. Das ist, jeder von uns agiert da irgendwo auch für sich alleine und ich glaube, dass man genau mit solchen verschiedenen Lernformaten eine Menge in einer Organisation bewegen kann. Systemische Strategiearbeit haben wir mal in der Weise geformt, dass wir, so wie ihr das ja auch kennt, mit einer Auftragsklärung starten, da will ich auch gleich nochmal ein bisschen was dazu sagen, die im Kern eigentlich die Frage aufbereitet, in welcher Wirklichkeit von Strategie bewegen wir uns, also was bewegt die Menschen, wenn die über Strategiearbeit nachdenken und was hat da jeder für Bilder im Kopf? Und die zweite große Frage, zu der ich gleich komme bei der Auftragsklärung, ist auch das Thema Reifegrad. Ich glaube, das haben einige von euch auch im Curriculum schon gehört. Wir haben das jetzt noch weiter didaktisiert, weil wir glauben, dass die Frage, wie klug ist zurzeit die Organisation, wie ist sie in der Lage, das Thema Strategiearbeit tatsächlich zu bewältigen, davon abhängt, in welchem Reifegrad bewegt sich die. Manche haben das schon viele, viele Jahre gemacht, für andere Organisationen ist es eher Neuland. Darauf müssen wir uns als systemische Berater permanent einrichten und ankoppeln. Das Thema Diagnose des Strategieprozesses, meint schlicht und ergreifend, können wir mir erzählen, wie ihr die letzten Jahre strategisch gearbeitet habt. In Familienunternehmen habe ich schon die Erfahrung gemacht, das frage ich den Unternehmensgründer und Eigentümer, Vorstandsvorsitzenden, wo steht eigentlich Ihre Strategie, wo ist eigentlich Ihre Strategie? Und er sagt, ja, ja, kann ich Ihnen sagen, hier, in meinem Kopf. Und wer es wissen will, der soll mich fragen. Das ist auch ein Weg, ja, mit Strategie umzugehen. Das ist natürlich wichtig zu wissen, wie wird Strategiearbeit gelebt? Im Regelfall in DAX-Unternehmen erlebe ich eher, dass ganze Abteilungen, also riesige Abteilungen, Strategieabteilungen sich damit beschäftigen, die aber auch schaffen, sich im Laufe der Zeit komplett von der Organisation abzukoppeln und dann irgendwann auftauchen und sagen, wir haben ja wohl das und das überhaupt nicht ansatzweise erreicht. Und dann werden die aktiv und dann gehen sie auf den Vorstand zu und dann kommt nochmal so die nächste Welle. Das ist extrem wichtig für uns, die Realität und Wirklichkeit zu begreifen, in der die letzten Jahre die Organisation mit Strategie sich eigentlich beschäftigt. Was wir glauben ist, dass das Thema Strategiearbeit als tägliches Handeln nicht sofort eine Neuerfindung der Organisation ausmacht, sondern dass wir niederschwellig der Organisation erstmal empfehlen, wir machen ein Strategie-Update. Das heißt, wir setzen alles mal auf Null. Wir bremsen erstmal alles ein, bevor wir wieder einen riesigen neuen Prozess starten. Damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, weil es natürlich viel weniger Ressourcen auch bindet, zu sagen, wir fangen von Null an oder wir machen ein Update, wie so einer Boxenstopp. Und das würde ich jedem auch empfehlen, weil das nochmal ein anderer, ein niederschwelligerer Zugang zum Thema Strategiearbeit ist. Systemisch-dialogische Analyse, hatte ich schon angedeutet, ist, dass wir aus unserer Perspektive und mit unserem Know-how in meinen Augen das Thema Strategiearbeit auch als einen schöpferischen und als einen kreativen Prozess aufbauen können und nicht nur als einen Prozess, bei dem es darum geht, mit Zahlen zu jonglieren. Und ich glaube, ich bin auch überzeugt und mache auch die Erfahrung, dass es sehr wohl möglich ist, auch aus einer systemischen Perspektive, das heißt, ganz andere Blickwinkel mit hineinzuwerfen, und dass das sehr wohl ein kreativer und ein schöpferischer Prozess ist und nicht nur, was müssen wir jetzt hier abarbeiten und welche Zahlen muss ich morgen nochmal liefern und so weiter, sondern dass es um nochmal ganz andere Perspektiven geht und ich weiß, dass es einige Organisationen schätzen. Das Thema Strategieentwicklung und Implementierung meint eben, dann nochmal so eine Art Fahrplan zu zeigen, was es dann bedeutet, aus einer systemischen Perspektive das Thema anzugehen und natürlich brauchen wir auch Evaluation und die Frage, wie weit sind wir denn da gekommen. Ich würde euch gerne mal so ein paar aus dem, aus diesen Bubbles vielleicht noch so zwei, drei Anregungen mitzugeben. Die sind noch nicht fertig, das ist alles noch nicht zu Ende gedacht, aber so ein paar Erfahrungen und ein paar Punkte würde ich gerne noch mit rausgreifen. Eines habe ich geschildert, das Thema Auftragsklärung, ich habe mal rausgezogen, nochmal das Thema eine regiebasierte Organisationsleistung, das heißt, wenn ich davon ausgehe, dass wir eine Menge Know-how zum Thema Strategiearbeit in der Organisation haben, das ist mein Ausgangspunkt, mein Glaubenssatz, ist die Frage, wie kriegen wir die richtigen Leute zusammen und das ist für mich regiebasierte Arbeit, das heißt, aus allen Ecken der Organisation Formate zu schaffen, die dann gemeinsam an diesem Prozess, an diesem Strategieprozess arbeiten und zum anderen ist ein Teil der Auftragsklärung diese Reifegradarbeit, also kann ich vielleicht da nochmal, Reifegrad ist für uns, der Begriff ist im Deutschen nicht so ganz einfach, weil der impliziert, es gibt reife und unreife Organisationen, ist nicht so ganz ohne, Readiness ist eigentlich fast eine bessere Beschreibung, Readiness, wie fit sind wir denn eigentlich, wie fit sind wir selber strategische Themen zu erarbeiten, wie fit sind wir, die systematisch in unseren täglichen Businessalltag zu übertragen und was wir mit den Organisationen machen, was nicht ganz einfach ist zu erläutern ist, dass wir eben die Organisation erstmal belasten, indem wir sie ausbremsen und sagen, lasst uns erstmal darüber nachdenken, wie, in welchem, ja, in welchem Level von Readiness, welche Erfahrungen zu Strategiearbeit habt ihr denn eigentlich und was können wir an Know-how und Erfahrung und Potenzial jetzt in diese nächste, in diese nächste Schleife mit reinnehmen. Das ist nicht immer ganz einfach, das erleben die Organisationen als auf mühsam und aufwendig, aber ich glaube, dass das einen sehr deutlichen Unterschied macht, weil mit diesem Reifegrad ist einfach damit impliziert, es gibt nicht einen perfekten Strategieprozess und was die Mäckis eben natürlich sehr gerne machen ist, die wissen, wie so ein Prozess geht und den verkaufen sie dutzend Mal an andere und das ist einfach nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist für uns nicht gut und für die Organisationen nicht gut und wir können das besser. Bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, wer damit im Curriculum schon betraut war mit dem Thema Reifegrad. Ich habe jetzt mal so ein paar Leitfragen herausgeworfen. die uns natürlich im Thema Strategieentwicklung oder Strategiearbeit beschäftigen. Ich glaube, dass es der Organisation gut tut und es ist ein Teil unserer Jobs, denen auch einen Spiegel vorzuhalten. Es geht nicht darum, seid ihr jetzt fähig oder nicht fähig, sondern was bringt ihr an Ressourcen mit für diesen strategischen Prozess. Und das ist schon der Ausgangspunkt, dass wir den Wirkungsgrad, den Wirkungsgrad von strategischer Arbeit erhöhen, wenn wir wissen, wo stehen die Leute, was können die und was sind sozusagen die nächsten Schritte, die sie brauchen, damit diese Strategiearbeit auch im Alltag umgesetzt werden kann. Das hatte ich kurz angedeutet, statt einer völligen Neuinszenierung, womit viele Organisationen das eigene Geschäft teilweise komplett zum Erliegen bringen, glaube ich, dass sowas wie Strategieupdates ein Format sein kann, im kleineren Rahmen zu überlegen, wo stehen wir denn eigentlich, was brauchen wir zum Beispiel, brauchen wir ein komplett neues Zukunftsbild, müssen wir die Art und Weise, wie wir zurzeit Strategiearbeit verrichten, muss das nochmal neu gedacht werden. Also die drei Fragen, die ihr euch gestellt habt, einfach nochmal in so einer Art Timeout sich nochmal neu zu konstellieren und sich nochmal neu zu befragen und ich glaube, dass das ein Zugang ist für Organisationen, der niederschwellig ist und der ihnen hilft, auch zum Beispiel mit uns oder mit systemischen Beratern, statt mit klassischen Strategieberatern, einfach mal in Kontakt zu kommen. Das ist in meinen Augen sehr gut machbar. Ich glaube, dass wir durch die Art und Weise, wie wir auch eine andere Haltung in unserer Beratungsarbeit mitbringen, dass wir ganz andere Fragen stellen, was zum Beispiel Benchmarks oder Marktdaten und solche Dinge dann angehen. Da bin ich überzeugt, dass wir in der Lage sind, einen viel größeren Horizont aufzubauen. Was braucht diese Organisation in den nächsten drei, vier, fünf Jahren und worauf wollen wir uns eigentlich konzentrieren? Da hilft uns unser systemischer Blickwinkel und unsere systemische Perspektive und da bin ich auch überzeugt, dass wir da einen Mehrwert liefern. Wenn ich dieses Konzept mal auf ein paar wenige Punkte zusammenführe, dann findet ihr das hier auf diesem letzten Slide als USP im Sinne von wo machen wir einen Unterschied und wo möchte ich auch gerne tatsächlich auch den Organisationen einen Unterschied anbieten. das Thema Enabling Co-Creation und tägliches Business also System Strategiearbeit ist nicht weil jetzt gerade der Vorstand gesagt hat wir drehen nochmal eine neue Runde und jetzt müssen wir uns alle anstrengen sondern das ist tägliches Handeln. Für uns ist Strategiearbeit ein dialogischer Prozess fand ich sehr schön wie ihr das auch geschildert habt wer redet in welcher Weise anders als früher ich bin überzeugt und das ist unser stärkstes unser stärkstes gut ich bin überzeugt und ich weiß es auch in meinen Projekten dass wir eine höhere Umsetzungsleistung erzeugen weil die Leute ganz anders sich damit identifizieren und das Gefühl haben das ist mein Strategieprozess das sind meine Themen und da würde ich verdammt nochmal dem Vorstand beweisen dass es auch was ist da tun wir uns tatsächlich leichter was viel länger Zeit braucht als ich mir auch wünschen würde ist die Frage wie wie lang braucht es um tatsächlich eine organisationale andere Steuerungskompetenz aufzubauen also sprich dass wir auf einer Metaebene mit den Schlüsselpersonen oder mit dem Topmanagement darüber reden wie wollt ihr in Zukunft eigentlich eure Organisation steuern das braucht viel länger als ich mir das je geträumt habe aber ich glaube es ist auch ein es macht auch einen Unterschied weil unsere Botschaft ganz klar lautet wir bekleiden und unterstützen euch dass es ihr im zweiten oder dritten Update einfach besser könnt und wir uns zurückziehen können als Berater Regiearbeit habe ich schon geschildert Nutzung aller internen Ressourcen auch das können viele Strategieberater nicht nicht anbieten dass wir sagen es gibt genügend Know-how es gibt genügend Akteure es gibt genügend Potenzial wie können wir das intelligent nutzen ich habe mir zur Regel gemacht dass wenn ich einen Auftrag oder eine Anfrage in diesem Bereich komme dann ist meine allererste Frage an den Vorstand oder an den an wen auch immer dass ich die erste Frage stelle wir gehen jetzt in einen Strategieprozess und sie wollen möglicherweise eine andere Art von Strategie Weg auch wählen und dann ist meine erste Frage was ist eigentlich ihr persönliche Entwicklung was ist eigentlich ihr persönliches Lernen in diesem Veränderungsprozess wo müssen sie bei sich beginnen damit diese Strategieprozessen Erfolg wird damit ernte ich ungefähr 90% der Fälle die Reaktion was hat es mit mir zu tun wie kommen sie da drauf ich will dass jemand hier einen sauberen Prozess macht was hat es mit mir zu tun aber es löst sofort die Frage natürlich aus was brauchen wir möglicherweise also wir als Berater oder die Akteure was brauchen wir für einen anderen Blick auf uns selbst damit dieser Strategieprozess gelingen kann wenn die Regel heißt Kultureentwicklung geht nicht ist Chefsache oder findet nicht statt dann lautet die allererste Frage was müssen sie bei sich verändern oder entwickeln damit sie in der Lage sind diesen Prozess zu tragen nach dieser ersten Irritation erlebe ich bei vielen Top Managern tatsächlich auch eine sehr berechtigte und eine sehr ehrliches Nachdenken auch erzählen sie mir mal was heißt das eigentlich dann wenn ich mich verändern soll was heißt das und was hat das mit Strategie zu tun also es ist erst mal so abschieben und dann eigentlich eine sehr spannende Nachfrage sehr oft am reifegrad orientierte Entwicklung das kann kein anderer Strategieberater niemand kann das das können die Mackies nicht das können die Kienbaums das können die Bostons nicht sondern die haben ihre Schubladen die haben ihre Konzepte die können aber nicht reifegrad orientiert unterstützen es geht nicht weil die haben ihre Standard ihre Standard Konzepte und zu sagen wir haben es jetzt in dem Bereich mit einer mit einer Organisationseinheit zu tun die sich noch nie damit beschäftigt hat und andere machen das seit zehn Jahren dann brauchen wir zwei unterschiedliche Regieansätze zwei unterschiedliche Beteiligungskonzepte um diese Strategie umzusetzen das ist nicht sehr intelligent dann aus der Schublade heraus was zu entwickeln das habe ich kurz geschildert braucht persönliche Entwicklung auf der Top Ebene das heißt dieser Satz Kulturentwicklung oder Strategiearbeit ist Chefsache ist ja nicht nur die implizite Botschaft wir brauchen dich sondern die implizite Botschaft ist ja inwieweit sind sie bereit mit ihrer Person mit in die Waagschale mit all ihren Macken und all ihren Kompetenzen in die Waagschale und es gibt keine personenneutrale Strategie gibt es nichts das ist was was auch viele Strategieberater verkaufen die sagen ja das ist die beste für uns und die haben wir schon dreimal angewandt und es klappt überall das glaube ich nicht ich glaube nicht dass es eine personenneutrale Strategie gibt sondern jeder der da vorne steht oder jede Dame die da vorne steht die prägt am Ende durch die Art und Weise wie sie auftritt wie sie Schwerpunkte setzt und worauf sie Wert legt bei der Umsetzung prägt sie diese Strategie also müssen wir sehr intensiv mit denen und es gibt im Regelfall nicht nur eine sondern meistens 3 4 5 im Top Management die das Ganze dann auch prägen Strategie Arbeit das ist ein USP macht aber oft unser Antritt nicht leichter Strategie Arbeit ist immer was ich eingangs sagte immer auch Kultur Arbeit das wollen dann viele Top Manager auch nicht hören weil sie dann sagen ja das machen wir dann später wenn wir mal Zeit haben das machen wir gerne mal später aber jetzt lassen sie uns mal auf das Thema Strategie konzentrieren das ist eine nette Idee aber es funktioniert sowieso nicht ja und es ist natürlich pure es ist auch pure Personalentwicklung weil durch diesen Enabling Ansatz sagen wir und unterstützen ja sichtbar dass in jedem einzelnen Format in jedem einzelnen Step über wie viele Jahre das Ganze auch geplant ist zeigen wir in jedem einzelnen Step wie jeder Beteiligte ein Jahr später diese Dinge selbst macht selbst steuert selbst in die Hand nimmt und selbst initiiert und wir dürfen uns dann auch gerne zurück ziehen und das ist schon in meinen Augen in USP wo ich zumindest mal zehn Minuten zehn Minuten von einem Top Manager bekommen und sagen ich will Ihnen ganz kurz mal erklären was es bedeutet klingt nach viel Arbeit aber ihre Organisation ist mit diesem Schritt hat dann nicht nur eine Strategie sondern sie ist auf einem anderen Entwicklungslevel und damit kriege ich zehn minuten mehr um mit so jemandem dann über den nächsten Prozess zu reden das würde ich euch gerne so mitgeben als eine Art Summary das ganze Konzept umfasst im Moment jetzt 30 40 Seiten damit wollte ich euch nicht quälen sondern mal so ein paar Highlights rausnehmen wir werden sie in den nächsten Wochen auch veröffentlichen und wir werden genauso wie beim Open Innovation Workshop sehr interessiert mit euch daran zu kneten weil wir haben das Ganze jetzt mal so als Rohmasse bezeichnet wir haben überhaupt nicht den Anspruch das Ding perfekt zu machen wir haben auch nicht den Anspruch jetzt zu sagen was machen wir jetzt da schönes mit sondern an diesem Punkt eigentlich soll ja Thorsten dann hier sein wollten wir die das gearbeitet haben jetzt hinlegen und jeder von euch soll überlegen was davon kann ich machen und wie kann kein perfektes Modell sondern ab jetzt wollen wir es rausgeben und dann schauen was passiert damit wer sagt brauche ich nicht und wer sagt da kann ich was mit anfangen und wir werden überlegen im Curriculum was davon wir zunehmend in Curricula dann auch hineingießen und auf der anderen Seite wo können wir da auch weitere Beispiele Pilot Prozesse starten um zu schauen funktioniert das ist das nur eine können wir tatsächlich auch die Qualität und ich finde auch noch mal die Ambition von systemischen Beratern noch etwas höher stellen weil ich glaube da haben wir das was wir können noch viel deutlicher herausstellen vielen Dank also wir haben deshalb nennen wir das auch Strategie Arbeit wir haben jetzt das in der Weise für uns definiert dass wir sagen jede Form von substanzieller von von gradueller Veränderung der Organisation ob das dann Vision oder Mission oder Ziel System oder was auch immer ist für uns strategische Arbeit also die Frage was sind unternehmensrelevante Größen die weiterentwickelt werden müssen die nicht mehr in kleineren Organisationsanheiten sondern übergreifende unternehmerische Fragestellungen die in einer besonderen Art und Weise bearbeitet werden müssen das ist für uns Strategie Arbeit das kann Vision Zukunftsbild sein das kann aber auch sein dass wir sagen wir müssen unser Portfolio Produktportfolio neu denken was auch immer das ist jede Form einer unternehmerischen Weiterentwicklung ich will so beantworten wenn ich noch mal kurz auf deine Sprache oder so wie du es gerade die Frage gestellt hat ich würde nicht davon sprechen dass wir in eine andere Art gehen sondern eher in eine ergänzende das heißt es geht nicht darum jetzt das ganze klassische Zahlenmaterial auf die Seite zu stellen sondern ich sage das brauchen wir aber ich möchte gerne dem Vorstand oder dem Aufsichtsrat ergänzende viel weitreichendere Impulse für die Unternehmensentwicklung mitgeben die teilweise eben nicht alle in Zahlen zu gießen sind die aber trotzdem für die Frage ist unser Unternehmen überlebensfähig haben wir die richtigen grundsätzlich strategischen Entscheidungen getroffen dass die sehr wohl eine Antwort dafür geben also es geht um Antwort geben und da ist zumindest ich bin da noch nicht noch nicht zu lange dabei aber da merke ich dass wir sehr wohl auch im Aufsichtsrat Gehör finden bei der Frage also lassen sie uns mal den Zahlenteil aber wenn wir den Zahlenteil noch mal aufdröseln und wenn wir hinter die Zahlen schauen kommst du sofort in Kulturthemen hinein und die hören dir sehr wohl zu ist meine Erfahrung weil die wissen ja also zu sagen ja wir wollen jetzt hier dieses Thema neu bespielen dann lehnen die sich zurück an die erste Frage ist könnt ihr das überhaupt und wer kann das überhaupt in der Organisation und dann bist du sofort wieder in Qualifizierungen in Lernfragen in Potential Fragen drin ja da kommen andere Gespräche auf also meine Erfahrung ist grundsätzlich ich glaube dass wir auf dem richtigen Weg sind in dieser Unübersichtlichkeit und Komplexität andere Antworten zu geben also sagen alles in der Organisation was wir zurzeit sehen wird versucht ausschließlich als quantitative Zahl zu erfassen und ich glaube dass wir da eine Chance haben in Organisationen mit anderen Pulten zu setzen ja ich kann es aus meiner Erfahrung sagen ja wir grenzen uns da gar nicht ab also wir haben mit Rudi Wimmer sind da auch in Kontakt gewesen mit Reinhard Nagel weniger jetzt aber mit Rudi Wimmer und mir geht es gar nicht darum davor daneben oder dahinter irgendwas sondern eher gemeinsam was zu entwickeln wir hatten den Eindruck in den Gesprächen dass wir zumindest noch zu wenig konkrete Anhaltspunkte Modelle bekommen haben von Nagel und von Wimmer aber wir wollen es wir wollen es gerne konkreter machen sodass es auch für wen auch immer für welche Organisationen dann auch nutzbar ist für uns war das einfach eine Ecke zu abgehoben und das war der Grund aber gedanklich sind wir nicht weiter entfernt 100% okay die McKinsey werden eingekauft um Sicherheit zu generieren und sich am Ende eine Absicherung als Absicherung ich merke aber dass diese Tendenz bröckelt also A haben die jetzt die dritte oder vierte McKinsey Schleife hinter sich und sie merken ja die haben das zwar gesagt ich war zwar safe an der Ecke aber wir sind keinen Schritt weiter gekommen wir fangen immer wieder bei Null an da haben die keinen Bock drauf und es kommt auch eine Generation die sagen die brauche ich nicht oder was wir öfters erleben die holen McKinsey genau für drei Monate rein und sagen da brauchen wir euch und da seid ihr fit und da brauchen wir genau euer Know-how und dann bitte raus das ist fast das häufigste was ich erlebe und ich glaube dass diese Tendenz sich abzusichern und sich fit zu machen oder zu glauben jetzt haben wir jetzt hat es McKinsey testiert dass das bröckelt und da ist die Frage können wir da rein das Thema Steuerung des Prozesses und die Frage wie viel Know-how brauchen wir von außen und welche externen Stakeholder sind notwendig um das Bild rund zu machen das ist gar nicht unsere Verantwortung unsere Verantwortung ist eine Regie aufzubauen aber das zu organisieren ist die Verantwortung der internen Organisation das heißt die internen entscheiden wie viel Know-how sie von außen eigentlich einkaufen oder gebrauchen das ist nicht mein Job und das ist nicht meine Verantwortung ist eine Prozess Regie mit aufzubauen in der die Möglichkeit steht alles mögliche externe Know-how mit dazu zu holen aber die Entscheidung darüber wer und wie was wird eingekauft das ist nicht meine Entscheidung von daher habe ich da keine Verantwortung zu sagen was brauche ich da noch von außen sondern das ist Teil der Verantwortung der internen Organisation genau diesen Teil wollen wir zurück in die Organisation von der wir überzeugt sind das ist euer Job nicht unser Job welchen Wirkungsgrad brauchen wir langfristig um diese Themen voranzutreiben und der Wirkungsgrad fällt in meinen Augen je mehr von außen klassischerweise und zwar ungefragt oder unkoordiniert eingekauft wird die Frage ist welche Verantwortung haben die internen Strategieakteure um zu sagen genau das brauchen wir und dazu brauchen wir keinen weil da haben wir genügend Know-how im Hause bin mir nicht sicher ob das eine Antwort war wir es gibt dazu keinen Auswahlprozess sondern das ist für uns auch ein iterativer Prozess im Sinne von erst mal die Frage wer hat sich bisher mit Strategiearbeit überhaupt beschäftigt dass wir mal mit denen in Kontakt reden dann natürlich aus der Organisation heraus und dass wir klassischerweise machen ich habe das jetzt zwei dreimal gemacht dass natürlich der Einstieg dann in einen Strategieprozess oft auch eine mit einer Großgruppen Veranstaltung also im Sinne von Kommunikation und Einladung und Mobilisierung dann noch stattfindet aus diesem Prozess heraus haben wir jetzt zwei dreimal die Erfahrung gemacht dass sich sehr wohl dann auch Menschen melden die sagen und da wäre ich auch gerne dabei also schon diese Kotter Idee von diese Freiwilligen setzt auf die Leute wer sagt ich kann das ich traue mir das zu ich bin noch nicht fit aber ich will dabei sein also da habe ich sehr gute Erfahrungen damit gemacht da brauchen wir keinen großen Prozess sondern wer hat den Mut wer hat die Traute zu sagen da bin ich dabei und die Leute die brauchen nicht mehr anzünden die laufen dann wirklich für das Thema gut vielleicht soweit für heute Abend war ein langer Tag auch Laura machen noch einen paar Abflüsse mehr von meinen Tenden Vielen Dank Danke Vielen Untertitelung. BR 2018